Hallo Leute, es geht weiter mit Among the Sleep. Ähm, ja, ich bin... ich starte hier wieder beim Schrank, weil ich das Spiel zwischenzeitlich ausgemacht hab. Und hier ist eine Kinderzeichnung. Dürfen wir uns die jetzt immer angucken? Mom! Okay, wir wissen immer noch nicht, woher diese geruseligen Geräusche kommen. Aber wir werden es wahrscheinlich noch früh genug herausfinden. Krabbelt er eigentlich? Nein, jetzt krabbelt er, dann ist er nämlich schneller. Da ist ein Besen vor der Tür. Nehmen wir den mal weg? Nimmst du den weg oder nicht? Okay. Ich glaub, wir sollen da vorne rein. Es ist komisch, so hier unten lang zu krabbeln. Alles so von unten. Das ist ein komisches Gefühl. Noch ist ja nicht wirklich was total Schlimmes passiert, aber ich will mich mal nicht zu früh freuen. Okay, hier stehe ich mal auf. Okay, ein Schuh. Was ist denn hier mit diesen Kinderzeichnungen immer? Schade, dass man die jetzt nicht so einsammeln kann und so, aber soll wohl nicht sein. Kannst du da rauf? Oder können die noch weiter raus? Bist du da rauf? Ah, jetzt kann ich rauf. Okay. So, jetzt stemmt das Baby sich da drauf. Was ist hier drinnen? Was ist das? Kannst du das irgendwie benutzen? Aufmachen? Gucken, was da drinnen ist? Nö. Was haben wir hier? Hier sind so Kleidung und Sachen und ich weiß noch nicht so richtig, wozu wir jetzt hier oben sind. Und wenn du einfach mal runter gehst, geh mal da rauf. Ah, können wir die vielleicht nochmal rausziehen hier, die Schubladen? So. Genau, und dann kannst du da doch rauf. Prima. Können wir dann hier jetzt so reingehen? Nee. Hm. Ich kann die Tür zumachen. Bringt mir das irgendwas? Dass ich die Tür zumache. Könnte er hier in die Ecke gehen oder so? Ja, aber so hätte ich ja auch raufkrabbeln können. Also ich meine, irgendwie nee. Vielleicht eher die Schublade nochmal rausholen? Die Geräusche sind echt ein bisschen eklig. Die Schubladen so weit, dass man auf die andere Seite kommt, ist auch blöd, ne? Dass man hier so rüberkommt. Hm. Vielleicht können wir irgendwas runterwerfen, was uns helfen könnte. Aber das sind ja alles nur so Kleinkramsachen. Bringt einen ja nichts zum Draufstellen oder so. Ist ja doof. Nee. Mama. Also er kommt da nicht ran. Wir brauchen irgendwas, damit er da oben ran kann. Das ist echt so. Wie weit geht denn das Ding raus? Und es dreht sich so langsam. Kommst du da jetzt nicht ran? Nee, ist zu weit weg. Tja. Irgendwas muss es ja hier oben geben. Können wir mal aufwecken vielleicht? Jetzt liegt die Tasche da unten. Was hat es mir gebracht? Nichts. Das ist ein bisschen komisch hier. Aber auch nur, weil ich halt gerade echt spezialblein. Hätte ich es irgendwo gesehen, wie es geht, dann wäre es jetzt klar. Er tut sich aber auch irgendwie nicht weh. Ich habe dann immer ein bisschen Angst, dass das... Weiß ich nicht. Kannst du das hier nicht irgendwie zu dir ranziehen? Nee, nur die Schuhe. Und alle Schuhe einzeln rausziehen, damit man ins Regal kommt. Das ist ja auch blöd, oder? Tja, ich habe jetzt eigentlich nicht vor, die ganzen Schuhe hier rauszuholen. Das würden die doch nicht machen, oder? Uns ohne Arbeit machen. Und wenn wir von drüben uns einen Stuhl holen, geht das? Kannst du dir nicht einfach den Stuhl hier nehmen? Warum sieht man da eigentlich Bäume? Nicht, dass es dann auch noch später in den Wald geht, oder so? Kann der Stuhl nicht da durch? Oder ist die Tür nur im Weg? So, ich quetsche mich hier vorbei. Kannst du den Stuhl nicht holen? Doch. Ich muss sie nur so ein bisschen lenken. Ha! Ich habe mir den Stuhl geholt. Jetzt kann ich da raufklettern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch ein bisschen lenken. Vielleicht muss man dafür auf die... Moment. Ich muss den mal noch so ein bisschen da hindrehen, glaube ich. So. Und jetzt kannst du da nicht direkt drauf? Nee, so erst recht nicht. Das ist ja krabbeln. Okay, das heißt, der Stuhl ist dafür da, dass man von den Schubladen dann... Ist klar. Jetzt macht das mit den Schubladen auch Sinn. Trotzdem, da muss man ja auch erst mal drauf kommen. Diese Geräusche echt. Also es ist ja... Was hat dieses Baby denn für eine Fantasie? So. Du bist doch da dran jetzt. Geht doch. Mama! Wo ist Mama? Mama! Mami? Mami? Liegt die da jetzt im Bett? Wieso kann ich da denn dann nicht raufkrabbeln? Kann ich mir hier auch was holen? Jetzt kommt auch wieder das Herz klopfen. Muss ich in den gruseligen Schrank gehen? Ich will aber nicht in den Schrank. Was kann ich denn machen? Schubladen öffnen, um es hier hochzukrabbeln. Da ist eine Brille. Jetzt müsste er doch raufkommen. Mama! Oh Gott, nicht das jetzt... Ich habe ein bisschen Schiss. Warum zieht er die Decke nicht weg? Ich versuche das schon. Ihr seht es ja, aber es geht irgendwie nicht. Er zieht es nicht weg. Hallo? Teddy... Teddy, hilf mal. Teddy will mir irgendwie nicht helfen. Keine Ahnung. Ähm. Das ist doch Sinn der Sache jetzt hier, oder nicht? Also jetzt haben wir es bis hierhin geschafft. Und nun... Trampel ich auf Mama rum, oder was? Ach, kann ich unter die Decke krabbeln, oder? Liegt da jetzt gar keiner, oder wie? Check ich jetzt gerade nicht. Jetzt geht's auf einmal. Komisch. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ist der Teddy jetzt gut, oder ist der böse? Im Moment scheint das ja eher ein Freund zu sein. Mama? Der Kühlschrank ist offen. Meine Babymilch. Was ist das? Was steht da? Teddy! Mami! Ich hoffe, am Ende des Spiels wacht man auf und alles war nur ein scheiß Traum. Was ist das? Oh, was ist das? Ich weiß nicht. Teddy, sag du es mir. Babymilch. Es ist sie. Aber... Es scheint... Es eher... Okay, ich soll das Inventar öffnen. Wie mache ich das? Wie mache ich das mit dem Inventar? Select? Select ist dasselbe wie Start. Das ist Umarmen vom Teddy. Es muss noch was anderes geben. Wahrscheinlich können wir jetzt diesen Anhänger irgendwie benutzen oder so. Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Oh, mit dem Joystick kann ich das machen. Alles klar. Und jetzt? Ja, keine Ahnung. Oh Gott, das Baby will doch da jetzt nicht... Oh mein Gott. Wo geht denn das Baby jetzt hin? Durch irgendeine gruselige Röhre? Hm. Den Umständen entsprechen Teddy. Wow. Was ist das Ort? Ich habe keine Ahnung. Ein Spielhaus? Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Baby irgendwie eine Menge Fantasie hat. Menge gruselige Fantasie. Aber hier ist alles schön auf Kinderhöhe. Das finde ich auch mal ganz nett. Ist es lockt? Ich kann es aus dem Inneren öffnen, wenn du mir hilfst. Ja. Mach ich gerne. Wo bist du denn? Da. Hihihi. Ein kleiner Teddy. Ja. Na dann. Mach du mal. Wenn du das besser kannst. Ja. Ja. So, Teddy macht uns jetzt die Tür von innen auf. Oh, schau an das Ort. So, ich komme rein ins Puppenhaus. Och, das ist ja aber süß gemacht. Aber es ist halt alles in so einer komischen, surrealen Welt. Irgendein Rätsel musste ja mal kommen. Ist da vielleicht was drinne? Sollen wir ihm helfen? Vielleicht braucht es einen Art von Schlüssel. Ist da nichts, was wir nutzen können? Das da? Weiß ich nicht. Ich glaube, da soll was anderes dann rein, oder? Wieder eine Kinderzeichnung, die uns aber irgendwie nicht so hilft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir was mit diesem Anhänger machen sollen. Hm. Spielen die Kinderzeichnungen eigentlich irgendwie eine Rolle oder so? Soll man sie sich länger angucken und daraus irgendwas entschlüsseln können? Kann ich hier irgendwas machen? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Also das werde ich wahrscheinlich erst benutzen können, wenn... Ja, weiß ich nicht. Packen wir den jetzt da rein? Ah. Okay. Habe ich das jetzt gemacht, oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Nee, da ist er ja schon noch, der Anhänger. Okay. Ah. Okay. Ist nur mit der Steuerung immer ein bisschen schwierig. So, das leuchtet da jetzt vor sich hin. Jetzt drehe ich das Rad, oder was? Nee, erst die Klappe bestimmt zumachen, oder? So, und jetzt kann ich das Rad benutzen. In welche Richtung? Ah, meine Knie tun weh. So, dreh mal. Ich weiß nicht. Tut sich jetzt hier irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich stehe so blöd irgendwie. Oder ich drehe nicht ordentlich. So, jetzt dreh ich besser. Ah, was? Ja, Teddy, warte da oben. Kannst du dich da raufstellen? Nö. Oder das hier nehmen? Was anderes? Ich habe keine Ahnung, was der Teddy hier gerade von mir will. Das Rad kann ich nicht mehr benutzen. Muss irgendwas mit dieser Truhe hier auf sich haben. Kannst du da vielleicht einfach reingehen? Hm. Hm. Hm, also ich bin ein bisschen überfragt hier in diesem merkwürdigen Raum. Teddy, sag mal was dazu. Hier, wir wollen mal weiterkommen. Ich meine, sie war ja zu. Wäre es nicht besser, sie dann aufzumachen? Oder er will was ganz anderes. Ich soll da oben auf jeden Fall irgendwas machen. Habe ich denn noch was jetzt im Inventar? Nö. Kannst du den Hocker vielleicht hier jetzt nehmen? Dich da raufstellen? Nee, auch nicht. Hm, Teddy. Teddy will irgendwas hier von uns. Hier wird mir aber auch keine Hand angezeigt oder so. Merkwürdiges Konstrukt. Ich würde ja auf die Truhe mich stellen, aber das macht er nicht. Die Hand ist grau. Da kann er nichts mehr machen. Ist hier draußen noch irgendwas? Kommt Teddy hinter einem her, wenn man draußen läuft? Oder bin das nur alleine ich? Nein, lass mal die Tür offen. Ich habe keinen Bock, die Türen immer extra aufmachen zu müssen. Nee, Teddy bleibt da stehen. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Jetzt ist das von der Maschine hier rüber gegangen, das Amulett, aber... Ah, hier auf der rechten Seite vielleicht? Nee. Ich glaube, wenn wir einen Schritt weiter kommen, kommt das immer von da nach da nach da. Gibt es hier dann irgendwas, was ich machen kann? Bessis ist ja... Können wir ihn vielleicht hochheben und er macht das wieder? Hm. Teddy? Vielleicht ist das ja wie mit der Mutter mit der Bettdecke. Das ging ja auch irgendwie nicht. Und dann ging es auf einmal doch. Ja, jetzt mach doch mal die Truhe auf. Ey, geht jetzt selbst das nicht mehr, oder was? Tja, ich krieg nicht mal mehr ne Truhe auf. Wen wundert's, dass ich hier nicht klarkomme? Voll die Kacksteuerung? Oder ich bin einfach nur zu blöd? Ach, den Würfel kann er aber auch nehmen. Kann ich den vielleicht benutzen? Ist der Würfel vielleicht dazu irgendwas gut? Vielleicht können wir die Würfel ja in die Truhe schmeißen, aber das macht ja auch gar keinen Sinn, ne? Kannst du jetzt mal behinderterweise irgendwie diese Truhe aufmachen? Ich drücke R1 und... Ja. Nein! Mach das jetzt nochmal! Geht doch! So, ich hab keine Ahnung. Würfel! 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 Ich habe noch nie so wenig Ahnung gehabt, was ich tun soll in einem Spiel, glaube ich. Mach den Würfel da einfach rein. Ich will den Deckel nicht wieder zumachen, das wäre doch blöd. Und das ist auch blöd. Ich weiß nicht, was der hier will. Und warum ist die Steuerung so blöd? Ganz ehrlich, Leute. Ich... Ich kann in dem blauen Ding was machen. Oh, ich kann in dem blauen Ding was machen? Ach, auf einmal. An dem blauen Ding war ich nämlich auch schon. Drück den Knopf. Yeah! Es geht weiter. Gut. Dann muss ich hier nicht mehr Minuten lang Plötze und Truhen aufmachen. Es sieht, wie wenn man mit ihr mit ihr unlockt die Tür. Sag das doch gleich. If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. I wonder where this will take us. And to be honest, it scares me a bit. But don't worry. I'll do my best to keep you safe. Du hast Angst, du bist ein sprechender Teddy. Whenever you're ready to go. Komm mit jetzt. Hättest du mal gleich machen können mit dem blauen Knopf. Ich war da vorher schon dran. Da hat sich gar nichts getan. Wo soll ich wissen, dass es denn auf einmal geht? Hm? Hm? Geh da jetzt einfach durch. Rutscht da die gruselige Röhre runter. Und ja. Passt schon genau. Geh mal in Krabbelposition und dann krabbel dich mal hier durch. Tja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir mal vorankommen. Wir sind also auf der Suche nach Erinnerungen. Oder wir möchten eine Erinnerung nochmal leben. Oder keine Ahnung. Was ist denn von dem Baby die Erinnerung? Oh Gott, vielleicht ist das ja mit der Mutter auch alles nur eine Erinnerung oder so. Könnte ja auch sein. Ich habe die Eule weggenommen. Das Ding bewegt sich jetzt und wir sind drauf. Dann springe ich mal eben ab. Tschüss. Okay. Ich bin auf der anderen Seite. Von der Kulisse her und so finde ich es cool. Es ist zwar ein bisschen blöd mit dem Ruckeln. Aber an sich ist es ja ganz cool eigentlich. Kannst du dich doch nicht durchquetschen. Wo soll ich denn dann lagen? Ah. Ich weiß nicht, was hier ist. Ist hier oben noch was? Mal kurz hinstellen und dann geht es anscheinend wieder runter. Dann krabbel mal lieber runter. Okay. Oder rutsch runter. Wo kommen wir an? Hier, wir nehmen das Ding mal wieder. Dann können wir hier runter gehen. Sieht aus wie so ein verwitterter Spielplatz oder sowas. Keine Ahnung. Unheimlich. Was ist hier drinne? Ah, noch so eine komische Eule. Oh. Drück dein Teddy mal, damit es hier hell wird. Puh. Oh. Was heißt das? Wir sollten vorsichtig sein. Ich meine, was kommt denn hier? Was? Wovor haben wir denn Angst? Es gab bisher nur eine so eine komische schwarze Schattengestalt. Ich glaube, wir müssen das hier irgendwie benutzen, diesen Mechanismus. Vielleicht kann er sich ja da draufsetzen. Kannst du da nicht rauf? Also hinstellen muss schon sein. Sonst geht das ja nicht. Nee, irgendwie nicht. Könnte eine auf die Seite und eine auf die, aber das geht anscheinend nicht. Das hätte ich jetzt so am ehesten vermutet, dass wir hier mit dieser, nicht Schaukel, sondern mit dieser Wippe was machen müssen. Hm. Auf die Bank vielleicht? Auch nicht. Mein Gott, das sieht ja irre hier aus. Krass, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das Spiel ist eher so ein bisschen alles nur im Haus oder so. Was mache ich jetzt? Kannst du da was einsammeln oder warum? Huch. Ich komme hier auch nicht durch, ne? Und Teddy kann da auch nicht durch. Ah, wir können hier außenrum. Mhm. Noch eine Bank. Oder ist es dieselbe? Ja, es ist dieselbe. Ah, vielleicht können wir hier ziehen. Nee, das ist die Pflanze. Da können wir nichts machen. Hm. Tja, da müsste halt Gewicht drauf. Oder ganz schnell hier so rüber gehen. Weiß auch nicht. Komisch, dass man hier nicht... Dass es hier nicht schafft. Vielleicht muss ich auch nur an den höchsten Punkt. Ah, ich bin drauf. Okay. Aber... Was mache ich, wenn das jetzt so schnell runter geht? Naja, dran festhalten tut er sich ja anscheinend nicht. Und dann geht die Wippe wieder auf die andere Seite. Nee, jetzt ist sie unten. Ja, ich weiß nicht, ob ich da oben jetzt rauf soll oder da hin. Das machen wir im nächsten Part von Among the Sleep. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.